Hast du was gefrisst? Oh nicht! Ja, ja, ja! Sehr gut! Gleich eine Nummer, oder? Nein, das sind andere. Doch! Hä? Ja, tatsächlich! Ich denke, beide gleich scheiße, oder? Ah! Mensch! Fuck off! Okay! Na, na, na! Mann! Pisser! Der hat mich nur so ein bisschen aufgetrunken. Mixer, das brauch ich! Sorry, aber ich hab ein Tor schießen müssen. Und dafür hab ich jetzt Maus braucht. Was? Ja, ein Tor schießen müssen. Na, lass, lass, lass dich! Alter, was? Wie sind denn die eigentlich drauf? Was? Komm schon! Los! Ganz hoch schon, aber falsch. War das eine Vorlage für mich, oder? Ja, sollte so gewesen sein. Nein! Nein! Ja, kurz, zack. Ich werde ganz über den Haufen gefahren von irgendeinem Eppern. Irgendwie ist bei mir rechts das Betriebszeichen. Ja, oh Gott. Komm schon! War zu fest. Seiner? Die Woche, wo ich nicht hinkomme, ist automatisch Steiner. Ist das schon mehr aufgefahren? Mann, ich bin aufgefahren worden. Mann! Ich kann's anfälliger. Nein! Mensch! Fuck, ich hab den Pony gescheit offen. Ja, ja, ja. Erstens daneben und zweitens. Fuck it! Boah, die halben Minuten sind schon vorbei, wir haben bloß ein Tor. Positiv zu sehen. Ich hab kein anderes. Ich hab mich aufgelten. Ich hab den anderen typisch gelobgefahren. Ja! Jetzt hab ich die auch gefahren. Ja! Ja, ja, nein! Alter, die sind so gemein! Das war jetzt... ...weiner gefährlich. aber ja wie habe ich habe das netz Ah gut, zack, heute flüge ich wieder umrauben. Was war das? Uns hat der Gillette Fusion noch besser. Ah, geh mal weiter. Wo er so einem der Herklafen hat. Wo er so einem Herklafen hat. Genau, Rasierkling, lass ich mir da nichts erzählen. Äh, lauer ausgerechnet der Herklafen hat uns direkt. Ah gut, zack, wir fahren über den Affen. Du leist mehr als du. Ja, ein bisschen mehr Punkte als du vielleicht. Ja, das war der... Ey, der hat 30 Punkte. Nein, ein gutes Stückchen mehr. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt ist es durch. Ja, hoffentlich einer. Jetzt sollte man es eigentlich in der Tasche haben. Aber wenn du jetzt am Anfang verkackst, dann ist es schon mal krassig. Ja, ich stehe schräg. Ist das aufgefallen? Das war eh das Problem, dass du gegen den Rücken schon wieder geflogen bist. Ich bin gegen meinen eigenen Tor damals. War das für ein Versuch? Ja, so... Das ist ja ein Tosen-Scheiß. Ach, geh weiter. Ich bin gegen die Kulier. Ja, denn das muss ich nicht sagen. Ich bin gegen den Rücken. Das muss ich nur neu gewinnen, aber ich bin nicht ganz klar. Da muss ich nur gewinnen, das ist klar. Ja... dann... pass auf. Du bist nicht, nicht... Au, dann raus! Er kommt kurz? Aber zwei rechts, oder? Na, nein, nein, nein. Dann ist für ein Schuss. leckert der kind ein 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 z weiter wir spielen mit einem bot zurzeit habe ich habe ich müssen die haben na ja zweit links mittig hier 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 Robi, Robi, huuuu! Da! Mann! Ein paar unter den Torwart! Sehr gut! Sehr schön! Schau! Ja, immerhin! nicht ganz aufgaben wie recht da will man den anderen Weg geschubst gibst du den Ball nicht in dein eigenes Tor hab ich nicht, ich hab ihn extra weg da ja, extra weg zu unser Tor der auch nicht extra, der auch nicht da schweiß, wir können das Ringdruck weiter wenn du den Alex zuschauen möcht, dann möcht du den Alex zuschauen, oder? du hast dich auch nicht weiter tun, du Blitz ja, weil du Alex nicht weiter tun hat HOLY SHIT OLDER das war grad maßl, weil eigentlich irgendwie fast schon nicht durch ich wollte ihn eigentlich weg tun, aber dann hab ich nicht erwischt und er ist grad noch so abfassend vorbei geschaut nein, dann hat der auch noch Luft boah, zerstellt er mich in der Luft neiiiiin nn Das ist die Tore. Du, bitte. Brauchst du mir nur ein bisschen mehr Punkte? Okay. Oh Gott, sind 20. Wie bereit man auf 50 geht? Rückpass. Illegal, aber okay. Ja. Mit der Hand darf ich ihn nicht aufnehmen. Ich will gerade sagen, du sollst ihn ja nicht in die Hände nehmen. Aber ich Auto bin, ist das kein Problem. Du sollst aber weiter, ha? Ich habe Paketverlust. Hab ich vorher gehabt. Ich bin der letzte gewesen. Ich bin der letzte gewesen. Ja, du warst der letzte. Du, das letzte gewesen. Stimmt. Hau weh. Nicht. Hau weh. Interpretiert die Situation. Ich dachte, ich hätte das gelaten. Ach, ich dachte, ich hätte das gelaten. jetzt auf jeden Fall gut für die Punkte da jetzt hat hast du 54 jetzt raus nix mehr da jetzt wo ich wieder seht, jetzt wirst du uns schauen mhm, hast du mich gleich das ist aber ausdrücklich der ist einfach weitergefahren vollgesprungen aaaaaaah so knapp ich habe mich aufgeholt, weil... keine Ahnung, Achtung Achtung Achtung, Achtung, Achtung... hhhhhh, jetzt hab ich gewisst die 50 jetzt hab ich sogar 116, jetzt übertreibst du hhh, dafür hab ich die 50 gewisst doch die vorderl aber jetzt hab ich 116 jetzt dass du mir noch ein paar Punkte abziehst jetzt mit dem tor für die freut doch immer für die leck ja weil er immer es ist ein zweige scheint warum man nicht so ist es wieder so eine herausforderung 15 mal sorgen 15 gut dass ich so nicht mal die herausforderung hast doch glaube ich schon nach nicht dass ich an dem vorbeiziehen kann bitte 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 ja hat nicht ganz gereicht Na Jetzt Andi Oh Jetzt kann ich ihn nicht machen Poli Brüder? Andi nimmst wieder das ganze noch Nein Jaja ich weiß nur das halbe Ja Andi nimm immer nur 50 statt 100 Ja weil ich schon 50 zum hinfahren brauch Ja so in etwa Fahr doch ohne Nossen Hä? Warum? Ich kann ja alles verbrauchen sich dahin Hä? Da wirds doch wieder auf 100% aufgefüllt Also ist am besten ich komm mit 0 an Ich hol mir 100 und fahr dann mit normaler Geschwindigkeit einmal weiter Du holst dir nie 100 weil du nie Lost hast Doch momentan hab ich 100 und fahr dann mit normaler Geschwindigkeit Ja warum siehst du? Hä? Warum nicht? Ja weil du deswegen bist immer so langsam Ja den Ball bekomm ich so oder so dann nicht Also warum sollte man das verschwenden? Ich hätte den Medik gebraucht Es verschwende ich es weil ich hinten ins Tor gehe Du verschwendest es Naja ich hab jetzt besucht Das ist nicht gut Oh Nicht verspenden Vorlage Leute ich stehe die ganze Zeit hinten im Tor Ja ist gut Ja Hast sehr gut gemacht Ich hab ne Vorlage bekommen Finde ich toll Wir sind stolz auf deine Leistung Wollten die auch mal hier ein bisschen Ey ich hab beide Tore geschossen Jaaa Nexel geht da Holy Shit Der geht rein In die richtige Richtung auch wenn dann wenig zu hoch ist Noch Der Typ hat ja noch mal NEEEEIN Der wäre 100% reingegangen Der Typ hat ja nicht nochmal getroffen Der war ja reingegangen Haben wir jemand ein Tor gehabt? Ja ich hatte zu wenig nos Nos hat ihn gehabt Pfff Andreas Ablenkung. Achso, Alter. Meins. Hast du gesehen, wie ich umgedreht bin? Auf deins steht da ein Name drauf. Nein, also. Fahns, Löcher. Bist du gerade von mir nebendran gekommen? Sonst geht's dir gut? Fährt einmal durch uns beide durch. Eigentlich wollte ich nur an ihn wegschießen. Obwohl ich stand dann da so da. Dann kann ich nicht anders. Warum ist niemand da? Ich war einfach neben dir. Ja, da bringt's aber nichts. Du sollst doch in der Mitte sein, um den Ball abzunehmen. Und nicht neben ihm. Ablenkung. Ole, kannst du mal wieder ein Tor machen, bitte? Legen doch eh ein Tor vorne, ganz ruhig. Ja. Bitteschön. Oh, ich bin hier wieder eine Hilfeleistung, diese Runde. Hast du schon 12 Punkte? Oh Gott. Ich hab 80. 120. Ja, mein Ping ist mal normal. Toll. Der kommt wahrscheinlich immer noch mit Dick. Habe ich mich weder für Ball noch Nost entschieden. Das ist ganz ungünstig. Also wenigstens Gegner getroffen. Äh, fuck. Da geht nichts. Da geht nichts. Au. Jetzt, Ole, mach ein Tor. Mach ein Tor. Nein, was tust du? Warte, warte, warte. Bittig, nochmal. Komm schon, Alter. Wir sind echt solche Profis. Warte, wir sind hier vorne, ne? Ja, dass wir die Runde auch gewinnen, ist Wunder. Ja. Oh Gott. Wir sind so gut. Ich war Stürmer und Torschütze, obwohl ich die meiste Zeit hinter dem Tor gegammelt bin. Ja.